Doppelte Rentenerhöhung zum 01.07.2024 oder werden die 4,57% auf den Extrazuschlag der 7,5% angerechnet? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Heute ist der 18. April 2024, ein wunderbarer Tag. Draußen scheint die Sonne und ich habe gerade eben eine E-Mail bekommen und ich werde auf diese E-Mail antworten, weil ich den Inhalt so wichtig finde und auch interessant finde, damit dann die Betroffenen selbst auch hier sich da keinen Kopf machen müssen. Also um was geht es? Ich hätte eine Frage, da ich trotz Recherchen im Netz nichts Richtiges dazu finde. Ich bin am 01.05.2010 EM-Rentner geworden. Ich habe seitdem eine EM-Rente und jetzt meine Frage. Der Zuschlag von 7,5% für meine EM-Rente, kommt der zusätzlich zur normalen Rentenerhöhung? Also 4,57% plus 7,5% oder wird von den 7,5% Extrazuschlag die 4,57% abgezogen? Danke für eine kurze Rückantwort. Ich kann Sie leider nicht anrufen, da ich taub bin. Das ist natürlich wirklich nicht schön. Lieber Anfragender, ich werde Ihnen natürlich die E-Mail auch noch beantworten, aber dazu erstmal mein Video zu diesem Thema. Also meine Damen und Herren, die Frage ist relativ einfach zu beantworten. Hier geht es um jemanden, der seit 2010 eine Rente wegen Erwerbsminderung bekommt. Und für die Leute gibt es ja die sogenannte Zuschlagsregelung zum 01.07.2024. Wir haben ja das Theater mitbekommen bei der Deutschen Rentenversicherung. Die sind ja aus technischen und personellen Gründen nicht in der Lage, das sauber umzusetzen, sodass der Post-Rentenservice jetzt erstmal pauschalisiert ab 01.07. hier die Zuschlagszahlungen vornimmt. Und unser Kunde wird, oder unser Anfragender wird, wenn er auch noch am 30.06.2024 diese EM-Rente bezieht, die ja vor dem 01.07.2014 begonnen hat, die 7,5% Zuschlag netto erhalten. So ist es jetzt erstmal geregelt. Das ist ein Nettozuschlag, der als Extrazahlung kommen soll. Also von der Brutto-Rente Zuschlag 7,5%. Davon werden die Kranken- und Pflegebeiträge abgezogen. Zack, und dann wird es diese 7,5% dann geben. Das wird also rechnerisch wahrscheinlich ein bisschen weniger als die 7,5% sein. Aber das ist jetzt erstmal nicht so schlimm. Und natürlich bekommt unser Mandant, unser Kunde, unser Anfragender, der uns leider nicht hören kann, auch noch die 4,57% Rentenerhöhung, die es zum 01.07.2024 ja noch geben soll, für alle 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner geben soll, auch noch dazu. Das heißt also, hier wird nichts verrechnet. Von den 7,5% Zuschlag, die er bekommt, werden die 4,57% nicht abgezogen. Das ist also gar nicht zu erwarten. Das heißt also, unser Anfragender wird hier die 4,57% Rentenerhöhung bekommen, plus 7,5% Zuschlagserhöhung, weil er eine Rente wegen Erwerbsminderung bezieht. Und ganz klare, ganz klare, eindeutige Rechtslage. Also er wird sich auf über 12% Rentenerhöhung zum 01.07.2024 freuen dürfen. Ich gehe immer von den Erhöhungen der Brutto-Renten aus, was nachher netto dann tatsächlich übrig bleibt, von den 4,57% nach Abzug der Kranken- und Pflegebeiträge und den 7,5% ist eine völlig andere Frage. Aber erst einmal geht das Geld so Brutto natürlich an unsere Kunden weiter. Das ist auch gut so. Rund 3 Millionen Rentnerinnen und Rentner von Erwerbsminderungsrenten, hinterbliebenden Renten und nachfolgenden Altersrenten, deren Renten hier im Zusammenspiel mit der EM-Rente vor 2019 begonnen haben, können sich bis, können sich freuen, sie werden bis zu 7,5% mehr Rente bekommen. Plus 4,57% allgemeine Rentenerhöhung zum 01.07.2024. Näheres zum Thema Doppelte Rentenerhöhung zum 01.07.2024 finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen wie immer eine super starke, rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel. Ich wünsche Ihnen wie immer eine super starke Woche,